Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Folge Minecrafts Geil, wo ihr euch auf dem Kanal wisst ihr mal sofort Und ja Leute, wir spielen heute eine kleine Runde Minecrafts Geil, wo's ich hab' ja immer schon gesagt Ähm, oh ne die, ich muss die Weel Auf dem Domarik-Kommnetz-Server Sehr sehr schwer zu erkennen, hier Ähm, hier Ähm So, wir wollen uns erst mal einen Geil-Helm Oh, schön Zudel ist, ich bin mir absolut zu beiguckt Da absolut keine Chance über den Arm unterkommt G-Team Der ist einfach jemand aus dem Comedy-Team Ja, da, Info, G-Team Absolut LOL 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 So 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 ich bin auch gar nicht ich war auch noch nie verändern glaube ich doch einmal alles bekommen dann habe ich ziemlich schnell gesagt das ist ein schlechtes Kindes ich habe es auch in der Kiste getogen deswegen Leute hat mich nicht gekauft ich brauche ich mir keinen nicht so ein Kind oder das ist absolut schlimm das Kind äh so gut füge ich mal das Kind aus zack Jampus 2 na gut das ist ja sogar einigermassen gut so wie bei Kaninchen wenigstens was oh mein Gott er hat mich nicht mit dem F-Trank ab so ja oh mein Gott er hat ich bin ich bin in der in in ich bin ich bin ich bin das ist um ich bin ich bin ja kann ich absolut aus dem abflug das ist ja noch ein kraftwerke stehen ich hab mich schon wiederholen und k k k k k k k so wie ich noch von iron mit einem diazai mit einem diazai oh Gott, mit kleinen Blocken zu bauen ist so jetzt nicht langsam oh oh Gott, Hilfe dum 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 t t t t t t t ok ok Leute, dann war's das für diese Folge von Microsky, aber bis zur nächsten Folge auch noch eine. Tschüss!